Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ein Video, auf das ich mich gestern schon sehr gefreut habe. Dann kam der Stream dazwischen, dann war Mitternacht, dann bin ich um halb zwei pennen gegangen und dann war einfach... Ich war durch mit dem Tag. Ich hatte neun Stunden Arbeit, fünf Stunden Stream. Ich habe gestern noch ein Video vorbereitet, was jetzt noch kommt. Das soll jetzt über Totenstille, Test sein. Ich habe getestet, wie es ist und und und. Und dann kam aber das AMA. Das Ask Me Anything im Prinzip. Auf Reddit konntet ihr als User vorgestern alle Fragen stellen an Sledgehammer, die ihr stellen wollt. Und Sledgehammer hat dann eben einige dieser Fragen öffentlich beantwortet. Sehr, sehr geil das Ganze. A, hilft es dabei, dass man eben als Community so ein bisschen in dem Flow bleibt. Was kommt eigentlich? Was ist geplant? Was weiß der Entwickler? Was läuft schief? Und und und. Auf der anderen Seite, allein mit dieser AMA ist es schon mehr Zuarbeit von Sledgehammer mit uns gewesen, mit den Kunden als Infinity Ward im ganzen Jahr. Denn Infinity Ward hat auf gar kein Feedback gehört, hat kein AMA gemacht. Es hat sie einfach einen Scheiß interessiert. Sehr, sehr geil das Ganze. Und ich stelle euch heute in dem Video die wichtigsten Punkte vor, die angesprochen worden sind. Und damit wir den Elefanten gleich aus dem Raum bekommen. 90% der Fragen, es waren Tausende, gingen um Matchmaking. SBMM, EOMM. Sledgehammer, was ist mit dem Skill-Based Matchmaking? Warum ist es so extrem? Warum werden wir bestraft? Was ist mit der Server-Connection? Wegen SBMM, bla bla bla. Natürlich, und das schon mal vorab, hat Sledgehammer darauf nicht geantwortet. Da sollte aber auch niemand überrascht sein. Keins der Entwicklerstudios ist gesetzlich oder nicht gesetzlich, aber vertraglich überhaupt genehmigt, darüber zu sprechen. Activision und Daemonware, Daemonware ist das Kack-Unternehmen, was den SBMM-Algorithmus erstellt und führt sozusagen, sind die einzigen beiden, die darüber sprechen könnten und sie werden es nicht. Aber, damit wir zu den nächsten Punkten kommen können, sehr geil, dass eine überwältigende Mehrheit der Leute, die Reddit, Twitter, Instagram und alles nutzen, zusammengekommen sind und die Fragen gestellt haben, die wir alle haben. Warum wird es nicht nur in Rank genommen? Warum sind die Server-Connections dadurch so schlecht? Das sind meine Probleme und und und. Irgendjemand Verantwortliches hat all diese Fragen gesehen. Und spätestens, wenn es all die Leute von Sledgehammer waren, sie werden dieses Thema an Activision weitergegeben haben. Und es kann ja zumindest die Hoffnung bleiben, dass man langsam merkt, dass die Community nach Jahren von SBMM, wo es gefühlt jedes Jahr schlimmer wird, an den Punkt angekommen ist, wo jemand dort Verantwortliches sagt, jetzt gerade mit Microsoft dahinter, wir müssen eventuell irgendwas verändern. Aber ist nur Hoffnung, immerhin etwas Positives. Ansonsten sehr coole Fragen dabei und ich werde sie euch jetzt alle vorstellen. Die erste, und die Reihenfolge ist jetzt so ein bisschen wildtürlich, die erste war, wann kommt Gun Game tatsächlich? Das haben relativ viele sogar gefragt, also Waffenspiel. Es gibt ja jedes Jahr eigentlich in COD so Fun-Modi. Und Sledgehammer hat geschrieben, soon, very soon. Und soon haben sie durchgestrichen. Das heißt, bis gestern war es nicht sicher, ab wann. Heute sehen wir die Playlist. Ab heute, ich glaube 19 oder 20 Uhr könnt ihr in MB3 Waffenspiel spielen. Das heißt, wenn ihr Bock auf solche Fun-Modi habt, heute geht es los. Genauso wie heute eine 10 vs. 10 Moshpit-Serie losgeht. Auch das wurde gefragt. Können wir mehr Spieler als 6 gegen 6 auf den 6 gegen 6 Karten haben? Ich finde Terminals, Scrapyard, Rust spielt sich perfekt mit 6 gegen 6. Derail und Rundown und so, da passen auch 8 oder 10 Spieler pro Team hin. Das war eine der Hauptfragen auch wieder. Und da hat Sledgehammer gesagt, ja, 10 gegen 10 bekommt ihr jetzt. Die Playlist dürfte, wenn ihr das Video seht, ziemlich aktiv sein. Und sie haben dazu geschrieben, wollen wir doch mal gucken, wie viele Spieler noch auf so eine Karte passen. Mit so einem Zwinker-Smiley. Also auch sehr sympathisch, wie Sledgehammer geantwortet hat. Dafür gibt es tatsächlich auch von mir Props mal. Das heißt, ich kann sehr, sehr stark davon ausgehen, dass wir auch noch eine größere Playlist bekommen. Und solche Karten wie die Rail, da können halt auch 12 gegen 12 spielen. Da geht keiner verloren. Das heißt, auch da wieder Feedback an die Community. Hier ist eine Playlist, die ist schon größer. Ihr kriegt noch andere Playlists. Aber sowas wie Combat-Pacing, wie aus Vanguard, wird es nicht geben. Und Sledgehammer hat sogar erklärt, die Spieler zahlen in einem der drei Modi. Sie haben nicht gesagt, in welchem, war so gering in Vanguard, dass sie den ja nach 6-7 Monaten abschalten mussten. Das wollen sie nicht wiederhaben. Ich vermute, dass es der kleinste Modus war. Denn 6 gegen 6 auf diesen Vanguard-Karten. Erinnert euch mal an diese riesige Karte mit, es war Castle oder so. Das war eine der schlimmsten Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe. 6 gegen 6 auf dieser Castle-Map. Ich habe manche Herrschaftsrunden im Vanguard gehabt. Da bin ich mit 5 Kills raus. Weil ich wortwörtlich keinen Spieler gefunden habe. Also ich hoffe, dass wir sowas nicht wiedersehen. Dann haben sehr viele eine Beschwerde geäußert, die ich auch schon geäußert habe. Und zwar, dass neben SBMM der größte Feind in MW3 aktuell Granaten sind. Also ich vermute, jeder von euch, der mindestens eine Spielstunde hat, hat schon festgestellt, Granaten in MW3 machen so ein bisschen den Eindruck, als wenn sie einen aus dem Leben ballern, egal wo sie landen. Das hat zwei Gründe. A, Kampf gesteht oder ich weiß gar nicht, wie das jetzt hier übersetzt aktuell heißt. Also Kugelweste einfach. Ist verbuggt. Es funktioniert nur manchmal, nicht immer. Ich habe es mittlerweile für schnell nachladen ausgerüstet, weil ich kann damit leben, langsamer nachzuladen. Aber ich ertrage es nicht mehr, von Granaten aus dem Leben geschossen zu werden. Das wollen sie, haben sie geschrieben, mit dem nächsten Update fixen, dass es 100% funktioniert. Und sie werden den Schaden der Granaten reduzieren. Denn aus welchem Grund auch immer, der Schaden der Granaten, wenn sie euch direkt treffen und wenn sie etwas entfernt sind, ist aktuell zu hoch. Das heißt, ich hoffe, dass dieses Update schnell kommt. Es ist echt heftig, wie oft ich auf einer Flagge bin. Und es reicht in der Regel schon eine Granate, die in der Nähe explodiert, damit ich umfalle. Meistens ist es so, dass während ich auf einer Flagge liege, ich fünf Granaten abbekomme. Und selbst mit Kampf gesteht, ist da einfach vorbei. Das heißt, auch da hat Sletchermann gesagt, wir arbeiten dran. Mit dem nächsten Update sollte auch das Problem behoben sein. Eines der größten Themen, was sie tatsächlich auch angenommen haben, ist Disbanding-Lobbys. Also Lobbys, die nach jeder Runde sich aufteilen und ihr werdet wieder in einem Pool mit neuen Spielern geworfen. Das hat ganz viele Nachteile. Der erste Nachteil, wenn ihr so eine geile Runde habt, wo ihr einen guten Fight hattet. So, ich spiele ja mit meinem Twitch-Chat, da könnt ihr heute auch gerne vorbeischauen. Und da haben wir ein cooles Match gehabt, was wirklich mal knapp war. Dann macht das im Public durchaus auch mal Spaß zu schwitzen. Dann gerne möchte man manchmal ein Rematch haben. Irgendweder, weil man verloren hat oder weil man gewonnen hat. Und man will so ein bisschen seine Art, wie man spielt, adjustieren. Man nimmt Trophys mit statt Muni-Kisten, eine SMG statt eine DMR. Keine Ahnung, ganz viele Sachen. Und das Problem, hallo Hund, ist dabei bei Disbanding-Lobbys. Ihr habt diese eine Runde und dann wird es aufgetrennt und es fängt von vorne an. Das ist, damit SBMM immer schön euch richtig schön in die nächste Bracket reinknallen kann, wenn ihr irgendwie zu gut wart. Da haben sie gesagt, da wird es eine experimentelle Playlist geben, wo sie mit einzelnen Spielern, es werden ein paar Hundert, ein paar Tausend sein, da kann man sie auch nicht anmelden, die werden einfach irgendwas auswählen, testet, ob das funktioniert. Und wenn ja, wird es für alle Spieler zugänglich sein. Das Problem bei dem Ganzen ist, selbiges hat tatsächlich Infinity Ward letztes Jahr zum Start von MB2 gesagt. Und nach Release von MB2, übrigens, ich streiche den Hund, falls ihr euch wundert, haben sie irgendwann mal ein Update rausgehauen, wo stand, ab jetzt sollte die Wahrscheinlichkeit, dass man eben nach einer Runde getrennt wird von der ganzen Lobby, niedriger sein. Ich habe aber, ich glaube, nicht eine Runde gehabt, in der ich mit der Lobby zusammengeblieben bin. Also muss man gucken, ob sie es tatsächlich umsetzen. Ich finde aber, Disbanding-Lobbys ist neben SBMM wirklich der Hauptkritikpunkt für mich auch. an aktuellen CODs und am aktuellsten COD. Deswegen kann man nur hoffen, aber schön, dass sie auch da gesagt haben, wir wissen, es stört euch, wir gucken, welche Möglichkeiten wir haben. Ist durchaus positiv, nehme ich mit, auch wieder Daumen hoch dafür. Viele User auf Reddit haben gefragt, ob MB2-DLC-Maps dazukommen. Also jetzt ins MB3-Game, Maps aus den DLC-Packages, die wir in MB2 damals hatten. Und Sledgehammer hat relativ deutlich gesagt, nein, das haben wir nicht geplant, das wird auch nicht kommen. Sie haben aber gleichzeitig erklärt, dass die nächsten Karten, die jetzt kommen, neben Shipment und neben Gunfight-Maps, hauptsächlich nagelneue, originale Karten sein werden. Das heißt, so wie es aussieht, wir kriegen jetzt ja sowas wie Peak und Grease und noch irgendwas. Am 6. Dezember zu dem großen Update kriegt ihr ein separates Video, morgen oder übermorgen. Ihr seht, das Totenstille-Video verschiebt sich irgendwie schon wieder aufs Wochenende oder so. Da haben sie gesagt, es werden eigentlich hauptsächlich originale Karten neu dazukommen. Was ich persönlich sehr cool finde, 16 Maps zum Anfang ist okay. Davon haben wir ein paar sehr gute Maps, die wir alle aus den vergangenen Jahren einfach kennen. Und wenn wir jetzt jede Season 2, 3, 4 nagelneue, originale Karten bekommen, die extra für MB3 gemacht sind, dann muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich das ein guter Trade. So bleiben die Seasons auch zumindest bis zu einem gewissen Zeitpunkt interessant und attraktiv zum Spielen. Dann haben natürlich einige nach den ganz ikonischen Waffen aus MB2 gefragt. Das war unter anderem die Spatz 12, die Shotgun, die jeder von uns OGs kennt. Und Sledgehammer hat nicht genau gesagt, ja, sie wird kommen. Aber sie haben stattdessen geantwortet, wir planen eine Menge von originalen MB2-Waffen noch reinzubringen. Unter anderem Sniper und Shotgun mit Swinkersmiley. Haben sie also nicht gesagt, die Spatz 12. Sieht für mich aber sehr danach aus. Und ja, solche Sachen wie die Intervention oder oder sind alles Waffen, die ich mir, gerade weil sie Sniper und Shotgun erwähnt haben, durchaus vorstellen kann, dass ähnliche Waffen auch noch kommen. Ich glaube, dass wir, was Content angeht, was Waffen und Maps angeht, uns wahrscheinlich dieses Jahr wenig beschweren können. Sie haben ebenfalls geantwortet auf die Frage, ob es stimmt, dass ein Advanced Warfare geplant war. Ein, wollen wir jetzt noch nicht drüber sprechen, aber, und dann haben sie gesagt, eine der Seasons wird ein Advanced Warfare Flashback bei jedem geben. Das heißt, das wurde ja vor ein paar Wochen schon mal kurz diskutiert. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir in der zweiten oder dritten Season wahrscheinlich eine AW-Season bekommen. Also vielleicht Waffen aus Advanced Warfare oder irgendwelche Sachen aus dem Zeitpunkt. Wir werden jetzt nicht dieses Jump-Gebooste bekommen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie sich da so ein Advanced Warfare Season gesichert haben, weil ich glaube, dass wir irgendwann Advanced Warfare 2 sehen, für die, die Spaß daran hatten, super für euch. Wird jetzt einfach zu früh gewesen sein, durch das, was geplant ist. Aber nach dem nächsten Jahr Treyarch-COD und es gruselt mir wahrscheinlich Infinity Ward, MW, schieß mich irgendwie ein, wird ja wie der Sledgehammer normalerweise dran sein. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie dann mit drei Jahren Entwicklung durchaus nochmal an dem Jetpack-COD arbeiten. Allerdings muss ich euch sagen, unabhängig davon, dass ich Advanced Warfare nicht mochte, ein Jetpack-COD hat so eine Skill-Gap und dann SBMM da drinne. Es wird für jeden Gamer die absolute Hölle. Das heißt, muss man ein bisschen abwarten, aber so eine Season kommt. Genauso wie, und das haben sie jetzt irgendwie nicht gefragt, oder haben keiner gefragt, aber das gab es so als Spekulation. So wie es aussieht, soll es Operator von The Walking Dead geben demnächst. Das heißt, Michonne und Rick Grimes werden wir über Scrapyard mit einer M4 spielen können. Und ich sage euch eins, ich bin riesiger The Walking Dead-Fan. Ich habe die Serie von der ersten Folge bis zur letzten durchgesuchtet. Manche von den Sequels und Frequels habe ich geguckt, die fand ich teilweise nicht so gut. Fear The Walking Dead fand ich auch schlecht. Aber ich kann mir durchaus, und bitte jetzt nicht ausrasten, also wenn ihr mich mögt, dann lasst jetzt auch ein Like da und auch gerne einen Kommentar, so für ein Algo. Aber bevor ihr jetzt mich hasst, kann ich mir gut vorstellen, wenn Rick Grimes oder vielleicht sogar Daryl kaufbar wären als Operator, dass ich da eventuell sogar schwach werden könnte. Weil so ein Rick Grimes Finisher mit seinem Revolver in der Hand und einem Zombie, den ich dann als Gegner den Kopf wegballere. Ich gebe euch kein Geld drauf, dass ich da mein Geld nicht vielleicht ausgeben werde. Muss man mal schauen, wird wahrscheinlich, denke ich mal, so ungefähr zur zweiten Season ungefähr kommen. Und dann von den ganzen Sachen, die ich persönlich fast am wichtigsten finde, das sind zwei, einmal dieser potthässlige, bescheuerte Baumskin verschwindet mit dem nächsten Update und wird dann zu einer späteren Zeit genervt wieder zurückkommen. Dieses Drecksding spielen auch wirklich nur Leute, die vom ersten Tag den fucking Rose Skin damals gespielt haben und gehen einfach jedem, der normal zocken will, auf den Keks damit. Ich bin froh, dass Sledger mal gesagt hat, sie werden das Ding entfernen und nerven. Es ist so schwierig, diesen Baumskin in der dunklen Ecke zu sehen und ich bin froh darüber. Und das andere, und das ist ein Problem, ich habe es seit Vanguard, erst seit Vanguard vorher nie, richtig häufig und zwar Paketverlust in der Runde. Ich habe es auf dem PC, wenn ich COD auf dem PC zocke, ich habe es auf der Konsole, ich habe es jetzt mit Telekom als Anbieter, ich hatte es vorher mit Vodafone als Anbieter. Aber es ist gefühlt völlig egal, ich habe jede dritte Runde Paketverlust. Ich habe so viele Theorien darüber gehört, warum und so wie es aussieht, viele meiner Jungs und Mädels haben in Runden, wo ich Paketverlust habe, auch Paketverlust und die kommen dann aus anderen Städten, aus anderen Ländern, haben andere Anbieter. Es hat nichts mit dem Anbieter zu tun, das kann ich ausschließen. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt, ich habe manchmal sogar Paketverlust, wenn ich für Videos in privaten Lobbys etwas teste, was Wahnsinn ist für mich. Slasham hat gesagt, dass sie an einigen Sachen bereits gedreht und geschraubt haben, damit sich das Erlebnis für viele verbessert. Und sie haben gesagt, sie arbeiten immer noch daran, denn es gibt immer noch bei sehr, sehr vielen Spielern, egal auf welcher Konsole, welcher Plattform, Probleme damit. Ich hoffe, dass sie das in den Griff bekommen. Ich muss in einem Stream jede dritte oder vierte Runde am Anfang direkt verlassen, weil links oben bei mir steht 10 bis 30 Prozent Paketverlust. Und es ist so schlimm bei mir, dass wenn ich Paketverlust habe, ich auf Gegner schieße und ein Delay von locker einer Sekunde ist, bis die Kugeln beim Gegner ankommen. Das ist in COD-Zeiten eine Sekunde, ich bin tot. Also ich weiß, viele von euch haben dasselbe Problem. Slasham erarbeitet dran. Ob sie es beheben können, kann ich euch nicht sagen. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil mit dem Game Vanguard kam dieses Problem erst so richtig in die Community und seitdem hängen wir daran. Ansonsten von mir aus, eigentlich waren das so die wichtigsten Themen. Es gab noch ein paar andere, aber das Video würde jetzt 40 Minuten gehen, wenn ich über alle sprechen würde. Ich finde es sehr positiv, dass Slashammer über die Sachen spricht, dass sie sich den Sachen annehmen. Ich war nicht negativ irgendwie überrascht, dass sie SBMM nicht angesprochen haben. Das war für mich absolut klar. Sie dürfen es nicht, sie werden es nicht. Es gab noch nie einen Entwickler, der irgendwo angestellt ist, der über SBMM in COD gesprochen hat. Das ist, da macht Activision ein riesen Geheimnis drum, obwohl wir alle wissen, dass es drin ist. Ich fand es positiv und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, so nach eineinhalb Wochen, das ist früh natürlich, Slashammer hat, ich finde, mit Advanced Warfare reingeschissen und mit Vanguard haben sie einen Vogel abgeschossen damals und mit dem ersten Halbjahr WW2 auch. Und ich weiß noch, in Vanguard ist dieses Krampus-Event, Shipment, die Karte hat gebrannt, PCs sind abgestürzt, es war die Hölle, es war echt, es war eine Zumutung, dieses Game zu starten. Und man konnte mit Partys keine Lobbys suchen. Es ging ja die ersten Monate gar nichts und Slashammer ist so vier Monate in den Urlaub gegangen oder so. Ich habe das Gefühl, dass sie dieses Jahr viel, viel enger an uns dran sind, viel, viel mehr für das Game tun und auch durchaus gewillt sind, Dinge anzupacken, die aktuell noch nicht funktionieren. Und deswegen, ihr kennt mich ja in den letzten zwei Jahren als sehr kritischen Menschen und das werde ich auch bleiben. Aber ich will es euch sagen, aktuell habe ich Fun. Ich habe ein sehr positives Gefühl, dass der Entwickler sich endlich ein bisschen drum schert, was wir wollen und was wir brauchen. Bleibt natürlich abzuwarten, wie lange das anhält, weil, das haben wir auch schon oft gehabt, am Anfang vom Release, Anfang der Beta, sind die Entwicklerstudios, die sind fast bei uns im Wohnzimmer und sagen, hey, willst du was, was brauchst du? Und wenn die Sales gemacht sind, verschwinden die plötzlich. Ich hoffe, es bleibt so. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns im Stream gleich. Ansonsten bis zum nächsten Video. Übermorgen, 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 übermorgen.